Ich wollte jetzt gerade Gitarre schnappen und mal ein bisschen losklimpern. Alright, wo kannst du dich hinstellen? Ja, ich stelle mich da mal mitten aufs Flugfeld zwischen die Flugzeuge. Ja, man. In die goldene Mitte. In die goldene Mitte. Vielleicht laufe ich dann gleich ein bisschen rum. Ja, wirklich, bombardieren. Sorry. Ich hoffe, die Sonnen sind alle okay, die ich gestern geprobt habe. Was wirst du dann? Weißt du da mehr? In wie viel ein? Ich habe dir ja gestern ein paar Songs fertig gespielt. Ah, so weit, so gut. So weit, so gut, ne? Okay. Jut, jut, jut. Na dann. Was wollte ich sagen? Ich kann nicht mehr, diese Bobcat. Diese Bobcat. Ja. Diese Bobcat, Leute. Egal. Okay. Das ist ein Bobcat, dich.